Hallo Leute alles zusammen. Heute sehe ich eine Schaltung. Diese 220 Volt Wechselstromleitung ist 5 Volt Leuchtturm und gewandelt wird. Die Wechselstromleitung ist mit 100 VD-Stern und einem Kaltekondensator verwenden. Um die Spannungs- und Stümpfe zu reduzieren. Über 4 Diäten ist es DC und Sine 6 Volt Diät und 100 UF Kondensator. Also haben wir schon 6 Volt Ausgang. Der Ausgang nutzlichen für das IC oder Micro. Danke, dass Sie sich Video angesehen haben und auf Wiedersehen. Tschüss. Danke.